Herzlich Willkommen zu meinem Einführungszeichen Video zu CameraMX In diesem Video fährst du wie du mit einem Android Handy Smartphone die App eben CameraMX für gelungene Fotos nutzen kannst Themen habe ich da einige Installationen im Google Play Store, nutzende Smartphones, die Fotografie, Tipps vor dem ersten Foto und so weiter und so fort Lass dich überraschen oder schau dir mal die Videobeschreibung an damit du weißt was dich da erwartet Als erstes gilt es natürlich mal CameraMX zu installieren Die App ist im Prinzip gratis, du kannst es über den Google Play Store installieren Nur wenn du zusätzliche Filter dann installieren möchtest kannst du dir die besorgen Ist aber meiner persönlichen Meinung, also meiner Ansicht nach nicht notwendig Das wären dann eben diese In-App Käufe An und für sich ist die App gratis und ist auch sehr beliebt Unter den Benutzern, deswegen zeige ich es auch CameraMX kannst du starten hier über das Display, dann kannst du diese App starten Einfach Foto machen, wie auch aus anderen Apps bekannt Man drückt hier auf das entsprechende Auslöser-Symbol Auslöser für Fotos und das Foto ist gemacht und landet dann auch schon in deiner Galerie Ja, das waren einmal die ersten Schritte Und was bietet dir jetzt dieses Video? Also du hast eine Anleitung Schritt für Schritt vor dir jetzt Wie du diese App nutzen kannst Vielleicht allgemein auch Hinweise zum Smartphone Fotografieren Also selbst wenn du diese App nicht verwendest Zahlt sich sicherlich aus dieses Video dir bis zum Schluss anzuschauen Und eben auch vor allem natürlich der gezielte Umgang mit dieser App Aber auch generell zu Hinweise, worauf man bei Fotos, Smartphone, Fotografie achten sollte Und immer wieder ganz, glaube ich ganz wesentlich Immer wieder einige Übungsaufgaben, Anregungen Wie man das jetzt dann festigen kann, was man da jetzt gelernt hat Ja, warum sollte man überhaupt mit dem Smartphone fotografieren? Da gibt es einen ganz guten Spruch, der es glaube ich ganz gut trifft Die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat Und man hat nicht immer seine schwere Spiegelreflexkamera dabei Handy, Smartphone hat heute praktisch jeder immer dabei Man hat dann immer wieder die Möglichkeit Schnell einmal einen tollen Schnappschuss zu machen Mit dem Handy, mit dem Smartphone Was einmal auf den ersten Blick für das Smartphone spricht Ist das große Display Vergleichsweise größeres Display Als bei doch vielen, zumindest günstigeren Spielreflexkamera Man kann schnell dann ran an die Motive gehen Man kann es eben sehr schnell verwenden Dennoch gibt es natürlich in jedem Fall Vorteil auch von sogenannten Systemkameras Solche Spielreflexkameras, solche größten Kameras Zum Beispiel das Okular, sagen viele Dass man durch das kleinere Suchfenster sich dann doch auf das Wesentliche konzentriert Und nicht einfach nur abdrückt Ein weiterer positiver Punkt für Fotografie mit dem Smartphone ist sicherlich Dass ich die Fotos dann ganz schnell über soziale Netzwerke verteilen kann Über WhatsApp, Instagram und so weiter Facebook und kann da schnell andere teilhaben lassen An dem, was ich da gerade gesehen habe Und das macht natürlich doch enorm Spaß Die Frage, die sich als nächstes stellt Ist dann, warum sollte man eben nicht die Originalkamera verwenden Natürlich kannst du deine Originalkamera verwenden Aber manche sind dann etwas überfordert Und wenn du dann deine Nachbarin und Nachbar ein bisschen anschaust Dann vielleicht nicht nur bei denen wirst du feststellen, dass die eine Kamera verwenden Einfach draufdrücken und gar keine Ahnung haben, was die da für Einstellungen haben Weil es einfach doch einiges einzustellen gibt Und da bietet es sich jetzt eben an, diese Camera MX zu verwenden Weil es in meiner Ansicht nach gerade für Einsteiger in das Fotografieren doch sehr einfach gehalten ist Einmal schnell zu Ergebnissen kommt Und ja, den Beweis möchte ich jetzt hier mit diesem Video antreten Ich lade dich dazu ein, dass dem zu folgen Deswegen kurz Infos jetzt zur App Camera MX Ja, Download über Google Play Store Habe ich schon angesprochen Geeignet zur Aufnahme von Fotos und Videos Hier beschäftigt man uns vor allem mit den Fotos Aber du kannst genauso gut auch gute Videos aufnehmen Kostenlos, aber bestimmte Effekte, Filter Das heißt, dass man dann Fotos eben hat Und dass man dann aus diesen Fotos dann noch zusätzlich etwas machen kann Irgendwie so lustige Figuren oder was auch immer Da gibt es dann doch ein paar, die man dann noch zusätzlich kaufen könnte Aber so die Basisausstattung ist meiner Ansicht nach zum Einstieg vollkommen ausreichend Wer dann aber mehr Kontrolle möchte und mehr Einstellungen möchte und ein bisschen anspruchsvoller Sich dann mit dem Smartphone beim Fotografieren betätigen möchte Dem empfehle ich da wie amstens Open Camera Kann man auch über den Android Play Store sicher runterladen Und das werde ich dann in einem anderen Video euch dann nochmal genauer zeigen Weil jetzt zum Einstieg eignet sich Camera MX Ja, Matra Plus von Camera MX ist auch ganz geschickt für ältere Smartphones Hat also nicht so hohe Ansprüche Dann, ja, Tipps vor dem ersten Foto Also unabhängig jetzt von Camera MX generell Ja, klingt banal, aber ist wichtig Linsen reinigen Vielfach liegt das Handy irgendwo herum Auf einem Ende vielleicht keine Handyhülle Und dementsprechend ist manchmal dann so diese Linse Du kennst dann vorne und hinten eine Ist dann doch etwas verwischt Und man kriegt dann keine so schönen Fotos Vielleicht kennst du das von manchen Smartphones Die ich dann warnen und sagen Ja, es sollte eigentlich die Linse gereinigt werden Dann ganz wesentlich Kamera ruhig halten Manche werden vielleicht ein Stativ schon zu Hause stehen haben Das dann auch vielleicht verwenden Also das verwenden Oder eben, was man dann in der Regel machen wird Er wird sich kein Stativ nehmen Auf den man dann das Smartphone drauf festschraubt Sondern beiden Händen vielleicht auch Wenn möglich das Foto dann schießen Oder die Hände am Oberkörper anlehnen Und damit dann stabilisieren Sich irgendwo anlehnen Einfach schauen, dass man das Handy ruhig hält Und das spielt zum Beispiel auch in der Dunkelheit eine große Rolle Wo die Verschlusszeiten Das heißt die Zeitdauer Wo eben dieses Foto gemacht wird Eben etwas länger ist Dann schlechte Fotos löschen Dann mit Speicherplatz sparen Das heißt immer wieder durchschauen In der Galerie Welche Fotos man vielleicht löschen könnte Ja, dann vor dem Fotografieren Und ich habe hier, wie ihr seht Dann eben da ein Kamera MX dann schon installiert Dann geht es darum Dass man die Auflösung Und das Seitenverhältnis dann berücksichtigt Wenn man die App gestartet hat Kann man hier zu diesen drei Punkten gehen Ich habe sie im ersten Foto drin So in Einstellungen Wählt dann dementsprechend eine Fotoauflösung auf Fotoauflösung bedeutet diese Bildpunkte Die sogenannten Pixel Der Breite der Länge nach Das ist die Auflösung Und dann das Seitenverhältnis Also 4 zu 3 würde hier bedeuten In dem Fall hier 4032 bei mir auf meinem Handy In der Breite Und oben unten praktisch dann 3024 Bildpunkte Und wenn ich mir dann das Menü auswähle Kann ich das hier aussuchen Ob ich hier mehrere Möglichkeiten 4 zu 3 16 zu 9 Wie es ja bei Videos heutzutage An und für sich gängiger Standard ist Und 1 zu 1 Wie es in manchen Apps So gern vermieden wird Wie Instagram Also wenn man hier Fotos macht Kann man die dann geschickt weiterverwenden Wo man die genau verwendet Infolge noch von diesem Video Aber auch in einem speziellen Video Also zuerst einmal Auflösung Sich aussuchen Überlegen Und welches Seitenverhältnis Ja Und damit sind wir schon Bei den verschiedenen Seitenverhältnissen 1 zu 1 Seitenverhältnis wird in Breite Höhe angegeben Wie ich gerade gesagt habe Und es bietet sich daran Wenn ich in der Mitte etwas darstelle Wie ich hier jetzt im Hintergrund habe Wenn ich einen Baum habe Und sage Okay 1 zu 1 Seitenverhältnis Das wäre eine geschickte Sache Dann würde man es dann dementsprechend Dann so darstellen Nutzung zum Beispiel bei Instagram Dann 16 zu 9 Seitenverhältnis Wie man es auch von den Videos her kennt Wird dann gerne verwendet Bei Landschaftsaufnahmen Ja Wenn man das schön breit darstellen möchte Auch natürlich für Videos Und wenn du dann auf deinen Fernseher Auf den moderneren Monitoren Dir das dann anschauen möchtest Dann hat es den Vorteil Du siehst das Foto dann wirklich Füllend Also nichts bleibt mehr An schwarzen Rändern da Das wäre dann bei anderen Bei 14 zu 3 Dann eher Dann der Fall Also Landschaftsaufnahmen Und alles wirkt dann etwas Natürlicher Ja das ist ein Vorteil Dieser 16 zu 9 Seitenverhältnis Dann Natürlich zum Seitenverhältnis 4 zu 3 War früher noch mehr gängig Man sollte in der Regel Das 4 zu 3 Liest man oft Und wenn man es sich anschaut Dann kommt man auch immer wieder Zu der Auffassung Dass man das 4 zu 3 Format Sich auswählen sollte Wenn man etwas im Hochformat Oder jemand im Hochformat Fotografiert Zum Beispiel eine Personengruppe Dann könnte man zum Beispiel Auch dieses 14 zu 3 Format verwenden Obwohl spannend ist eigentlich 16 zu 9 gilt irgendwie als moderner Aber in der Regel Bei den meisten Händers Ist es so Wenn ihr euch das genau hier anschaut Dass dann bei 14 zu 3 Sogar mehr Pixel Verwendet werden Als beim 16 zu 9 Format Dann sind wir schon bei der ersten Aufgabe Such dir mal 3 Formate Würde ich dir jetzt einmal empfehlen 1 zu 1 16 zu 9 Und 4 zu 3 Und such dir mal Wo macht es dann Sinn Etwas mit 1 zu 1 16 zu 9 Oder 4 zu 3 Zu fotografieren Also mache ich jetzt einmal 3 Fotos Und such dir mal Welche Motive Da besser geeignet sind Vergleich es vielleicht mit Deinen bekannten Freunden Tauscht dich aus Wo ist der selbe Motiv Vielleicht in unterschiedlichen Formaten Dann besser gelungen 3 Fotos Mit den entsprechenden Formaten machen Dann sind wir beim nächsten Punkt Bei den sogenannten Neigungslinien Und die machen dann einen Sinn Wenn es ums Thema geht Ich möchte einen geraden Horizont haben Sprich mein Foto sollte nicht schief sein Und da bietet es sich an Über die Einstellung hinein zu gehen Und sich die sogenannten Neigungslinien Anzeigen zu lassen Man geht hier wieder auf Einstellungen Kommt dann in dieses Menü hinein Und da sollte man dann so lange drauf drücken Bis es dann hier so dargestellt wird Und dann habe ich hier Dementsprechend hier dann Linien dargestellt Sogenannte Neigungslinien Und wenn man dann noch einmal drauf drückt Kann man dann sich das so anschauen Anzeigen lassen Nämlich weiße und grüne Neigungslinien Und die geben wir dann einen Hinweis Nämlich wenn ich mein Handy schief halte Ich habe es einmal ganz extrem gemacht Da habe ich dann Haben diese Neigungslinien eine weiße Farbe Und wenn ich sie gerade halte Farbe praktisch wie von der Ampel grün Ich halte es also schön waagerecht Dann habe ich hier grüne Haben sie hier eine grüne Farbe Und ich weiß, dass ich sie jetzt hier gerade halte Also da ist es eine Hilfe Es wird dann eingeblendet Wenn du dann ein Foto machst Musst du keine Sorgen haben Also diese Neigungslinien Kommen nicht mit aufs Foto Aber sie zeigen mir an Wenn ich gerade ein Foto mache Wenn ich meine App geöffnet habe Camera MX Dann sehe ich dann, ob ich das schön gerade halte Dann Aufgabe natürlich dementsprechend Mach einmal Fotos Schau dir dann das einmal an Dass du mal ein schiefes Foto machst Nutze mal wirklich diese Möglichkeit Mit den Neigungslinien Und schau, dass du das gut hinkriegst Dass du wirklich waagerechte Fotos machst Mach das einmal mit einer schiefen Neigungslinie Und mit einer gut eingibt Ausgerichteten, horizontal ausgerichteten Handy Dann zum Linienraster Eine weitere Möglichkeit Die ich da vorhin schon angedeutet habe Das ist also, wenn du einmal in die Einstellung reingehst Und dann schaut das hier oben so aus Dann hast du hier zwei waagrechte und zersenkrechte Linien Und da geht es weniger rein darum Dass man das jetzt waagrecht hält Wie du es vorhin gerade gehabt hast Mit den grünen und weißen Linien Mit diesen Neigungslinien Sondern bei diesem Linienraster Schaut dann so aus Kannst du dir das Bild besser einstellen Wenn du ein Foto machst Dann werden sie nicht mit Praktisch mitgeschossen Sondern die in dir wirklich Wenn du durch den Sucher praktisch aus dem Display schaust Dass du hier das dann besser einstellen kannst Und hier siehst du vielleicht im unteren Abbildung Dass das Bild ganz anders wirkt Wenn hier dieser Anteil des Feldes Zwei Drittel einnimmt Wenn ich das untere, mittlere Teil Als wenn ich dann hier oben den Himmel zum Beispiel Zu zwei Dritteln genommen habe Du siehst, man kann hier dann Eine gute Bildaufteilung vornehmen Dann Aufgabe Ja Nutz diese Einteilung da Nutz dieses Raster Und experimentiere ein bisschen Dass du sagst Ein Drittel nimmt den Himmel ein Und beim anderen Foto Im zweiten Foto Mach das zu zwei Dritteln da In der Himmel aus Das kannst du dann schön einteilen Unser menschliches Auge Und unser Empfinden Unser Gehirn Ist so drauf konstruiert Dass wir da schon was draus machen Dass das auf uns sehr anspricht Ein Drittel, zwei Drittel Diese Regel Nützliche Voreinstellungen Zu weiteren Vorgängen Ja, ich gebe wieder in die Einstellungen hinein Und kann da zum Beispiel dann Festlegen, dass ich dann Hier unter dem Punkt Lautstärke Tastenaktion Das heißt dann Wenn ich hier dann eine Kopfhörer eingesteckt habe Und hier dann auf die Plus-Taste drücke Dass zum Beispiel das Foto dann ausgelöst wird Das heißt ich könnte jetzt zum Beispiel ein Stativ stellen Und könnte dann aus größerer Entfernung Dann zum Beispiel hier mit dieser Auslöse-Taste Dann dieses Foto dann auch tatsächlich machen Ja Das hilft es vielleicht unter Umständen Ja Dann würde ich dir empfehlen Hier die Autohelligkeit Das Hackl zu setzen Also wenn es draußen sehr hell ist Direkt schon grell ist Vielleicht bei manchen Händen Ist es gar nicht so einfach Vom Display her zu erkennen Was man da gerade sieht Was man da gerade im Sucher hat Dass man wirklich maximal etwas sehen kann Natürlich aufpassen Das zieht natürlich am Akku Der Akku ist natürlich schneller aufgebraucht Aber man kann sich doch best orientieren Also würde ich da dann in dem Fall Autohelligkeit Wenn die Kamera App aktiv ist Dann einmal empfehlen Dann Wo werden die Fotos gespeichert Man sollte sich überlegen Ob man hier den individuellen Speicherort festlegt Ich habe mir das Hackl hier weggegeben Weil dann bestimmte andere Möglichkeiten Wenn ich den individuellen Speicherort verändere Und Kameramix ist Fotos dann nicht dort Dann mehr finde wo sie ursprünglich waren Dann einfach nicht mehr möglich sind Also ich würde das Hackl mal weglassen Mehr dazu in einem anderen Video Als nächstes dann die JPEG-Qualität Ist in der Voreinstellung 85% Ist meiner Ansicht nach ausreichend Wenn du ein Freak bist Und ein schärferes Auge hast Du hast deine Zeitgenossen Aus den Umgebungen Dann kannst du auch gerne 100% einstellen Hat aber den Nachteil Dass deine Fotos dann Mehr Platz auf deiner Speicherkarte Oder in deinem Handy benötigen In der Regel würde ich einmal sagen Würde 85% JPEG-Qualität Und JPEG ist das Format Indem deine Fotos eben gespeichert werden Dieses JPEG Steht dann hinten immer bei diesen Dateinamen Dieser Fotos Reicht 85% Kann ich dich da beruhigen Ja, Geotagging In einem anderen Video habe ich schon mal Darauf hingewiesen, was das Geotagging ist Also die Angabe Wo dieses Foto geschossen wurde Diese Ortsdaten Dann mit dem Foto gespeichert werden Das würde ich dir schon empfehlen Außer du hast die Sorge Wenn du das Foto weitergibst Dass dich dann irgendjemand ausforschen kann Kann ja auch sein Würde ich dir mal machen Weil wenn man später dann die Fotos Sehr gut organisieren kann Und dann klar ist Wo das Foto gemacht wurde Und auch nach mehreren Jahren Kannst du das dann gut einordnen Und wenn du das Foto weitergibst Können dann andere Vielleicht genau den Ort dann aufsuchen Und diesen schönen Platz finden Den du ihnen da Eigentlich dann ermöglicht Dass sie ihn finden können Mit einem Geotagging Dann, ja Erster Schritt zum gelungenen Foto Kann oft sein Den Fokuspunkt manuell zu wählen Das heißt, da geht es immer Beim Fotografieren darum Dass ich etwas scharf stelle An dem Fall habe ich hier dann Diese Trinkflasche genommen Um einfach nochmal zu zeigen Wie das geht Ich habe mit dem Finger drauf gedrückt Am Display Genau dort, wo eben diese Wo ich dann diese Trinkflasche gehabt habe Und man sieht dann Dass an dem Punkt Die Kamera dann auch wirklich scharf gestellt hat Also wie gesagt Ein kurzer Druck am Display An die Stelle An der Stelle, wo ich es scharf gestellt haben will Und der Rest wird dann eher Zum Beispiel unscharf gestellt Das kann von großem Vorteil sein Weil die Handys sich sonst In der Regel ja selber irgendwie aussuchen Was sie meinen Was gerade scharf sein sollte Wenn aber dann Da kannst du aber wirklich auf Nummer sicher gehen Und dann das scharf stellen Was scharf sein soll Dann Thema digitaler Zoom Zoomen Ja, viele taugt es dann Dass sie dann am Display Dann auch nie heranzoomen Wenn man sich aber die Fotos dann anschaut Ist die Qualität in der Regel eher schlecht Also Zoom heißt ja eigentlich vergrößern Und wenn man sich es dann In der Realität anschaut Ja, und technisch dann sich anschaut Dann schaut es zwar so aus Als würde es größer werden Aber eigentlich wird nur ein Foto geschossen Und der Teil In dem ich dann hineingezoomt habe Der wird dann nur noch dargestellt Das heißt, man macht ein ganz normales Foto Und man kriegt dann eigentlich Einen wesentlich kleineren Ausschnitt heraus Ich möchte das hier mal zeigen Ich habe ja zwei Links zwei Fotos gemacht Darunter ist praktisch das Originalfoto Ohne digital Zoom Und drüber mit digital Zoom Und wenn du die Speicherplatz dir anschaust Und da steht ja dafür Für wie viele Informationen Da jetzt gespeichert wurden In dem Foto Habe ich unten 3,8 MB Und oben praktisch 1,7 MB Ja, also weniger als die Hälfte Man hat also nur einen kleinen Teil Herausgenommen Und das könnte ich genauso gut Dann auch zu Hause mit der Bildbearbeitung machen Das ist einfach ausschneide Also schau, dass du möglichst Diesen digitalen Zoom Möglichst nicht verwendest Bildqualität ist geringer Geh lieber näher ran Ist das Motto Hier zum Beispiel Fotos größerer Umgebung Ich könnte da auch digitalen Zoom drauf machen In dem Fall bin ich halt etwas näher rangegangen Zu diesem Baum Und habe dann in der Schärfer dann praktisch hinbekommen Ja, also näher rangehen Und weniger digitalen Zoom verwenden Im Smartphone kommt man doch eh sehr weit Ja, wieder eine Aufgabe Fotografiert mal einen Gegenstand Ohne digitalen Zoom Dann mit digitalen Zoom Vergleich einmal Einer und denselben Gegenstand Macht diese beiden Fotos Um genau vorzugeben Vielleicht 1 Meter Entfernung Und größere Entfernung Experimentiert ein bisschen Wo es Sinn macht Den digitalen Zoom zu verwenden Bis drauf kommt Dass es kaum eine Situation gibt Wo das einen Sinn macht Dann sind wir bei der Belichtung Ganz ein wichtiges Thema Beim Fotografieren Du kannst diese Belichtung Einerseits einmal der Kamera Selber überlassen Du wirst aber dann Wenn du etwas mehr fotografierst Dann drauf kommen Was einen großen Unterschied macht Wenn du dir die Belichtung Selber einstellen kannst Und das kannst du bei Camera X Ganz praktisch machen Man klickt einmal Oder man drückt dann auf das Display Du kannst dich vielleicht gerade noch erinnern Vom manuellen Fokus Du drückst drauf Und dann wird ein weiterer Menüpunkt Dann eingeblendet Wenn du nämlich etwas länger drauf bleibst Wird dann hier Diese EV-Belichtungskorrektur eingeblendet Und da kannst du dann auf diesen Schieberegler Nach oben gehen Ich habe das hier genau Mehr oder weniger gleich belassen Bin nach oben gegangen Habe die Belichtung angepasst Und es hat einen ganz anderen Eindruck Als wenn ich die Belichtung dann Mir einen Wert wähle von minus 2,0 Und hier habe ich plus 2,0 Also ich habe hier die beiden Extreme genommen Und da habe ich in dem Fall hier Bei weniger Belichtung Vielleicht sogar noch ein eindrucksvolleres Bild Als wenn ich es dann überbelichte Also kurzer Druck auf Display Dann erscheint dieser Schieberegler Und ich kann es dann dementsprechend einschalten Ein Vorteil ist Wenn ich eine leicht überbelichtung habe Das heißt wenn ich es etwas heller mache Nicht so extrem wie hier Dann haben Leute mit vielen Falten Vorteile Weil sie nämlich dann weniger deutlich zu sehen sind Dann Belichtungskorrektur Eben mit diesem manuellen Fokus Man kann einerseits das mit der EV-Korrektur machen Wie es gerade gezeigt habe Aber es macht auch schon mal einen großen Unterschied Wo ich dann nämlich Wenn ich auf das Display drücke Wo ich dahin drücke Ich habe hier ein und dasselbe Motiv genommen Habt hier vorne dann hier in diesem Bereich Hinein geklickt Und es hat sich dann beim Auto Also bei der Auto Belichtung dann bei mir Auf der Kamera Mit der Kamera im X Das ist so automatisch so eingestellt Wenn ich hier hinein klicke Wenn ich jetzt hier in einen hellen Bereich hinein klicke Wird dementsprechend dann versucht Das die Kamera dann auszugleichen Die App auszugleichen Wird der Rest dann eher dunkler gemacht Weil man das Gefühl hat Das ist jetzt so hell Jetzt wird das ganze Bild dann Es wird immer alles durchgehend Eigentlich dann anders belichtet Wird dunkler belichtet Wenn ich jetzt hier in einen dunklen Bereich hinein klicke Wird das restliche Bild dann eher wieder heller dargestellt Das heißt wenn du die Belichtung anpassen möchtest Wie ich es hier zum Beispiel gemacht habe Schau dass du in einen mittleren Bereich gehst Und dann wird das Bild insgesamt Wahrscheinlich etwas vorteilhafter beleuchtet Also schau dass du in einen mittleren Bereich hinein kommst Ja wieder Aufgaben Experimentiere ein bisschen mit der EV-Korrektur Das ist diese manuelle Korrektur Länger reindrücken Dann in Schieberegler verschieben Und der zweite Punkt ist dann Versuche mal im Unterschied dazu Mit dem manuellen Fokus In entsprechende unterschiedlich helle Bereiche hinein zu klicken Und dann zu schauen wie sich dann das Foto dann verändert Also schau mal EV-Korrektur Fotos Eine Foto zu machen Und dann mit der manuellen Belichtung Ja da sind wir bei der Belichtung natürlich beim Stichwort Blitz Da würde ich dir ans Herz legen In der Regel Blitz vermeiden Blitz bringt nicht viel Blitz wirkt eigentlich nur in einer ganz unmittelbaren Umgebung Schaut meistens auch nicht wahnsinnig toll aus Wenn du einen Blitz verwenden möchtest Oder auch ausschalten möchtest Dann hast du hier dieses Symbol Mit dem Blitz Und je nachdem wie oft du drauf drückst Wird eben dann der Blitz ausgeschaltet Bei Bedarf Angeblichem Bedarf eingeschaltet Oder eben auch sogar bei jedem Foto verwendet Was natürlich wenn du es immer eingeschaltet hast Dann erstens mal In der Regel keine schönen Fotos macht Und auch am Akku dann zieht Blitze sollten also nicht verwendet werden Da haben wir hier ein Foto ohne Blitz Ein Blitz aus 1 Meter Entfernung Und ein Blitz aus 2 Meter Entfernung Da sieht man schon die unterschiedlichen Resultate dann Ja Probier das einmal Bildformat kannst du selber suchen Wo du einen Blitz dann verwendest Wo es einen Sinn macht Blitz aus Nähe Und aus größerem Ferne wirst du drauf kommen Blitz macht Wenn überhaupt nur aus näheren Entfernung an Sinn Dann empfehle ich dir HDR zu verwenden HDR steht für High Dynamic Range Das ist eine Methode Wo man aus mehreren Fotos dann Die App dann nämlich macht Du drückst eigentlich nur einmal auf den Auslöser Als Foto macht im Hintergrund mehrere Fotos Und versucht dann automatisch Dann in allen möglichen Bereichen Dann auszugleichen Wie das Foto dann ausschaut Ich habe hier oben ein Foto ohne HDR gemacht Und ein nicht zu günstigen Lichtverhältnis Und dann mit HDR Und da sieht man schon Dass das schon etwas gelungener ist Also in vielen Fällen Ist dieses HDR eine ganz geniale Geschichte Aber nur dann Wenn du keine Motive hast Die sich schnell bewegen Denn du erinnerst dich Ich habe gerade erzählt Es werden mehrere Fotos gemacht Und wenn natürlich die Fotos Dann übereinander gelegt werden Und dann bewegt sich jemand im Foto Dann kann es dann ganz komische Effekte haben Also bei bewegten Bildern Verwende nicht HDR Beim Rest macht es dann Sinn Ja, fotografiere mal mit HDR Und ohne HDR Das wäre seine Übungsaufgabe Dann sind wir bei den Selfies Wechsel zwischen Haupt- und Frontkamera Eine Sache, die man gleich einmal als erstes wahrscheinlich probiert Wenn man ein Handy bekommt Das geht dann hier Man nimmt dieses Symbol Und dann wechselt man ganz einfach Zwischen Hauptkamera und Frontkamera Und in der Regel wird man natürlich Die Hauptkamera verwenden Und weniger die Selfie-Kamera Wenn man jetzt da Fotos machen möchte Ja, probiere mal folgendes Wie ich gerade davor gehabt habe Stelle ich mal unter einen Baum Mach ein Foto von dir In dem Fall ein Selfie Und schau wie du das gut hinkriegst Wenn dann etwas über dir ist Das ist vielleicht einmal ein minimal anderes Bild Ja, danke für deine Aufmerksamkeit Und wir sehen uns sicherlich in einem anderen Video Wo es dann darum geht Fotografieren mit dem Smartphone Danke, bis zum nächsten Mal Das ist immerhin sehr verrückt Untertitelung des ZDF, 2020